Herzlich willkommen bei Stadtland News, dem nicht ganz so ernsten Wochenrückblick des Anzeiger für Harlingerland und des Jeverschen Wochenblatt. November und Nordsee, das sind normalerweise nicht die idealen Zutaten für einen gelungenen Badespaß, denn eigentlich ist das Wasser so kalt. Das Allerheiligen schwimmen auf Langeoog ist daher in aller Regel eher etwas für die Hartgesottenen unter uns, doch zum Glück gibt es ja die globale Erwärmung. Die sorgte für sommerliche Temperaturen am 1. Novemberwochenende und damit für einen Hauch-Karibik-Feeling im Wattenmeer. So war der Zuspruch bei der 10. Auflage des Allerheiligen schwimmens besonders groß. Weder Luft noch Wassertemperatur waren für die Badegäste in diesem Jahr eine Herausforderung und so gab es keine Ausrede, nicht selbst mitzumachen. Lediglich die Fußkranken durften sich drücken, denn durch die Ebbe hatte sich das Wasser mehrere hundert Meter zurückgezogen. Das Reinhard-Nieter-Krankenhaus und das St. Willehard schließen sich zusammen. Künftig tragen beide Einrichtungen den Namen Klinikum Wilhelmshaven GmbH. Das wurde vergangene Woche im Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen. Die Stadt Wilhelmshaven ist nun alleiniger Betreiber. Die katholische Kirche, die zuvor die Trägerschaft des St. Willehard innerhielt, zieht sich aus dem Betrieb zurück. Für die Mitarbeiter ändert sich nichts, sie machen weiter wie bisher. In der Ratssitzung erklärte man dies so, die Mitarbeiter des St. Willehard-Hospitals packen ihren Vertrag zunächst in den Rucksack. Im neuen Klinikum öffnen sie diesen dann wieder. Zitat Ende. Bleibt zu wünschen, dass der Rucksack kein Loch hat. Der Kampf um das Leerschwimmbecken in Wittmund geht in die nächste Runde. In der einen Ecke steht der Herausforderer, die Bürgerinitiative Kleinschwimmbad Wittmund, die aus dem Publikum viel Zuspruch erhält. In der anderen Ecke steht der amtierende Bürgermeister Rolf Clausen. Dieser verpasste dem Herausforderer in den vergangenen Runden einige Haken. Die Bürgerinitiative ist angeschlagen, bleibt aber standhaft und holt nun zum Konter aus. Mit einer Unterschriftenaktion von Schülern der Finkenburgschule wollen sie Clausen doch noch niederringen oder zumindest zu einem Unentschieden am runden Tisch überreden. Doch der Bürgermeister wiegelt ab und beschwert sich. Der Herausforderer kämpfe unfair, sagt Clausen und meint die Unterschriftenaktion. Die Schüler sollen nämlich in der Schule dazu aufgefordert worden sein, in ihrer Nachbarschaft mit der Liste von Haus zu Haus zu gehen. Na und? Keine der Kontrahenten konnte sich bislang den Sieg sichern. Es wird also weitergehen. Fortsetzung folgt. Seit dem 14. September war Ibrahim S. auf der Flucht. Seit Ende Oktober fahndete die Polizei öffentlich nach ihm. Der 21-Jährige war aus dem Maßregelvollzugszentrum in Braul entkommen. Während seines unerlaubten Ausflugs soll er für mehrere Raubüberfälle unter anderem in Achim, Bremen, Oldenburg und Rothenburg-Wümme verantwortlich gewesen sein. Am vergangenen Sonnabend wurde er dann am Bahnhof in Wilhelmshaven festgenommen. Er war nicht etwa schwarz gefahren oder wie viele Menschen dieser Woche vom Streik der Lokführer betroffen. Nein, die Polizei hatte mehr als 60 Hinweise auf den Flüchtigen erhalten und ihn so schließlich im Zug schnappen können. Ein Kollege von ihm war da cleverer. Dieser klaute aus dem VW-Werk in Emden einen Passat und ist trotz Fahndung mit einem Blitzerfoto noch immer auf freiem Fuß. Wohl dem, der dieser Tage ein Auto hat. Zum Sport. Vier Jahre lang stand Bruno Mönck an der Seitenlinie und leitete die Geschicke bei der ersten Herrenmannschaft des TUS Esens. Er formte das Team zu einer festen Größe in der Bezirksliga und führte die Mannschaft vor wenigen Monaten sogar zur Meisterschaft. Doch seit dem Ausstieg in die Landesliga blieb der Erfolg aus. Nur einen Sieg schafften die Bärenstädter in 14 Spielen. Mit lediglich sieben Punkten rutschte Esens in den Tabellenkeller und ist nun Schlusslicht. Der TUS-Vorstand zog deshalb die Reißleine und entließ am Freitag vergangener Woche den bisherigen Trainer. Seine Nachfolger saßen bereits beim Heimspiel gegen Kekas Warnbeck am Tag darauf auf der Trainerbank. Wolfgang Menken und Uwe Lüttke sollen die Esenser wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Das klappte zu Beginn aber schon mal nicht. Denn trotz einer guten defensiven Leistung und neuer Führung blieb die Esenser-Mannschaft ihrer alten Offensivschwäche treu und verlor 0 zu 1. Vielleicht lag das ja auch an der ungewöhnlichen Maßnahme des neuen Trainerduos Menken-Lüttke mit Henrik Diekmann, einen gelernten Innenverteidiger, in den Sturm zu stellen. Zur Wetterschwester. Innenverteidiger. Im Sturm. Ist klar. Das war Stadtland News für diese Woche. Seriöse News gibt's Montag wieder am Kiosk und rund um die Uhr im Internet und unseren E-Papers. Mein Name ist Maximilian. Wir sehen uns nächste Woche.